Diese Woche könnte viel verändern in Europa und seiner Friedenspolitik. Das Vertrauen, dass der Krieg kein Mittel mehr sein kann für eine europäische Regierung des 21. Jahrhunderts, dieses Vertrauen ist sehr brüchig seit gestern, da der russische Präsident Teile Osteuropas mit Gewalt unter seinen Einfluss zwingen will. Wer sagt denn, dass nur gut sein soll, wenn es ohne Gewalt geschieht? Das sagt Putin und lässt heute auch wieder erahnen, dass das Greifen nach der Ostukraine nur ein Teil eines sehr viel größeren Plans sein könnte. Birgit Firnig. Jubelstimmung beeinigen in Donetsk nach der gestrigen Anerkennung der selbsternannten Volksrepubliken durch den russischen Präsidenten. Zuvor hatte er die Anerkennung von Donetsk und Luhansk als unabhängige Staaten ratifiziert. Es ist wichtig für uns alle, dass jetzt Frieden einkehrt in unserer Republik und in Luhansk. Wir wollen nur Frieden und Normalität. Das ist uns wichtig. Wir wollen als eine große Familie mit Russland leben. Zum Hintergrund. Seit 2014 werden im Osten Donetsk und Luhansk von aus Russland unterstützten Separatisten kontrolliert. Der Westen ist weiter unter ukrainischer Kontrolle. An der vorübergehenden Grenze der Demarkationslinie kommt es immer wieder zu kämpfen. Er strebe nicht die Wiederherstellung eines russischen Großreiches an, erklärt Putin. Bei einem Treffen mit dem aserbaidschanischen Staatchef Aliyev, westlichen Friedensbemühungen, erteilte eine Abfuhr. Das Minske Abkommen war schon lange tot. Lange vor der gestrigen Anerkennung der Volksrepubliken des Donbass. Und das geht weder auf unser Konto noch auf das der Vertreter dieser Republiken, sondern auf das Konto der Machthaber in Kiew. Dort mahnt der ukrainische Präsident zur Ruhe, setzt auf Sanktionen und erwägt, die diplomatischen Beziehungen zu Russland abzubrechen. Wir Ukrainer sind eine friedliebende Nation. Wir wollen eigentlich Ruhe. Aber wenn wir jetzt stillbleiben, dann werden wir untergehen. Schwierige Aufgaben liegen vor uns. Valery Charlie hat als ukrainischer Diplomat den russischen Präsidenten immer wieder persönlich getroffen. Er ist überzeugt, dass es für Putin keine roten Linien gibt. Jetzt müsse man Russland Grenzen aufzeigen. Putin lebt in einer Parallelwelt. In dieser Parallelwelt existiert die Ukraine nicht. Und in dieser Welt ignoriert er einfach die Interessen der Europäer. Frankreich, Deutschland hält er für schwach. Er sieht nur die USA und China. Und so liegt das Schicksal der Ukraine heute vielleicht mehr denn je nicht in ihren eigenen Händen. Und in Moskau fällt der russische Föderationsrat am Abend noch diese Entscheidung. Die 153 Mitglieder stimmen in einer Sondersitzung für den Einsatz russischer Truppen im Ausland, also auch in der Ostukraine. Fragen wir nach bei Demian von Osten in Moskau. Demian, es gibt unterschiedliche Meldungen darüber, ob und wie viele russische Truppen bereits in der Ostukraine sind. Was sind Ihre Informationen? Es gibt einen Vertreter einer dieser beiden Volksrepubliken, der davon gesprochen hat, dass russische Soldaten bereits auf ihren Positionen im Westen und im Süden des Landes seien. Das wurde dann aus Moskau wieder dementiert. Es könnte damit zusammenhängen, dass ja schon sehr lange russische Truppen sich in diesen Volksrepubliken aufhalten. Allerdings verdeckt. Russland hat immer wieder gesagt, das sei nicht so. Aber es gibt erdrückende Hinweise, dass das nicht stimmt. Und damit könnte es zusammenhängen. Üblicherweise, wenn Russland dann so einen Militäreinsatz macht, fährt das Staatsfernsehen mit und man zeigt das groß. Deswegen vermute ich, dass dieser Moment noch bevorsteht. War diese Anerkennung jetzt das Ziel, auf das Putin hingearbeitet hat? Also ich habe nicht den Eindruck, dass das das Ziel ist. Wenn man sich anschaut, was Putin sagt, gestern in der Rede abends, in seinen langen historischen Ausführungen zu Ukraine, auch heute wieder. Dann sagt er, dass die Ukraine durch die derzeitige Regierung eine Bedrohung für Russland sei, dass man die Ukraine entwaffnen müsse. Und das klingt doch danach, dass es ihm gar nicht so sehr um den Donbass, die Gebiete im Osten geht, sondern um die Regierung in der Ukraine. Und das lässt nichts Gutes hoffen für die nächsten Schritte, die erfolgen. Hinzu kommt, dass Panzerkolonnen gesichtet werden, die sich bewegen auf der russischen Seite, an der ukrainischen Grenze, aber relativ weit von diesen Separatistengebieten entfernt. Da stellt man sich die Frage, was könnten stattdessen Ziele sein eines möglichen russischen Einmarsches. Jetzt hören wir in diesen Minuten, Demian, dass auch der ukrainische Präsident Zelensky eine Teilmobilmachung anordnet. Was wissen Sie dazu? Er hat angeordnet, dass die Reservisten einberufen werden, die die sogenannte operative Reserve bilden. Das sei noch keine generelle Mobilmachung, sagte Zelensky in einer Ansprache. Aber man müsse eben auf die zusätzliche Bedrohung, die von Russland ausgehe, reagieren. Und das seien jetzt seine ersten Schritte. Danke, Demian von Osten. Und diese ganze bedrohliche Entwicklung zu verstehen, hilft uns jetzt die Russland- und Osteuropa-Expertin Liana Fix. Sie forscht zurzeit beim German Marshall Fund in Washington. Guten Abend, Frau Fix. Guten Abend. Ja, Frau Fix, seit Monaten rätseln wir in Europa, ob Putin blöfft, ob Putin pokert. Kann es sein, dass wir zu der schlichten, aber beunruhigenden Erkenntnis kommen müssen, wir müssen ihn einfach beim Wort nehmen? Das kann man mit einem klaren Ja beantworten. Tatsächlich hat der russische Präsident heute auch noch einmal unterstrichen, dass der russische Anspruch über die Separatistengebiete im Osten hinausgeht. Russland hat sich zur Verteidigung dieser Gebiete ja verpflichtet. Und der russische Präsident hat unterstrichen, dass es nicht nur um die Gebiete geht, die die Separatisten besetzt halten, sondern auch um die Gebiete, die sie beanspruchen. Das sind noch einmal zwei- bis dreimal so große Gebiete. Das heißt, der russische Anspruch geht darüber hinaus. Und der russische Präsident hat deutlich gemacht in seiner Rede, dass er auch einen historischen Anspruch auf ukrainisches Territorium für sich ableitet. Das heißt, eine Anerkennung dieser Republiken würde für Moskau keinen Vorteil darstellen, wenn das politische Ziel ist, die Kontrolle über die Ukraine wiederzugewinnen. Und das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass wir weitere militärische Eskalationen sehen könnten. Rechnen Sie denn sehr bald damit, dass er militärisch vordringen wird, auch in die sogenannten Volksrepubliken? Ja, tatsächlich sind russische Truppen, wie in dem Beitrag gerade schon genannt, auch an den anderen Grenzen der Ukraine stationiert. Und aufgrund der Bedingungen vor Ort ist das nicht eine Frage von Wochen oder Monaten, sondern es könnte ja tatsächlich auch eine Frage sein, die sich in den nächsten Tagen entscheiden könnte, weil die russischen Streitkräfte dort tatsächlich auch schon in den Endstadien der Vorbereitungen sind und ausgestattet sind. Das heißt, es ist keine, die Zeitschiene hier ist eher eine kurzfristige statt eine mittelfristige oder eine langfristige Zeitschiene. Sprechen wir einmal über die begleitende Taktik. Putin hat heute Bedingungen genannt für ein Ende der Krise. Dazu gehöre die internationale Anerkennung der Krim als Teil von Russland. Er weiß, dass der Westen das nicht tun kann. Genau, und er hat auch von der Ukraine gefordert, eine Demilitarisierung, was im Prinzip ein Ultimatum an die ukrainische Seite bedeutet, sich nicht zu verteidigen, die Gebiete, die Russland jetzt von der Ukraine anerkannt hat oder bereits annektiert hat, zu akzeptieren. Und das ist natürlich für einen Staat, der seine territoriale Integrität wahren will und seine Souveränität als unabhängiger Staat völlig inakzeptabel. Nicht nur, weil es auch innenpolitisch die Legitimation jeder Regierung unterminieren würde. Wenn er den Westen ständig vor unlösbare Aufgaben stellt, sehen Sie überhaupt noch Spielraum für Verhandlungen? Man muss ja sogar fragen, ob die Diplomatie überhaupt eine Chance hatte in den vergangenen Wochen, wenn wir uns ansehen, wie inszeniert und wie orchestriert das gestern in Moskau lief. Ja, das ist eine sehr beunruhigende Komponente, dass gestern in der Rede des Präsidenten in den Diskussionen mit dem Nationalen Sicherheitsrat klar geworden ist, dass das geplante Schritte sind, was natürlich westlicher Diplomatie nur wenig Spielraum einräumt. Trotzdem ist es wichtig, diese Diplomatie weiterzuführen. Ein schwerer Schlag war aber insbesondere für die Europäer die Anerkennung der Gebiete und damit das Ende der Minsk-Vereinbarung. Das hat der russische Präsident heute noch einmal unterstrichen, dass diese Minsk-Vereinbarungen für ihn tot sind. Denn das war das Herzstück europäischer Diplomatie. Und zu einem gewissen Grad ist das nicht nur gegen die USA gerichtet, sondern es ist auch ein Signal an Europa, dass hier momentan auf diplomatische Bemühungen mit den Europäern kein Wert mehr gelegt wird. Das heißt, die Europäer spielen jetzt überhaupt keine Rolle mehr? Die Europäer und auch die Deutschen zu einem gewissen Grad stehen da natürlich an einem Scheidepunkt, auch für ihre eigene Russland-Politik, die ja doch sehr lange geprägt war von der Hoffnung, wenn schon nicht partnerschaftliche Beziehungen mit Russland zu pflegen, dann doch zumindest nicht gegnerschaftliche Beziehungen. Und der Tiefpunkt ist hier sicherlich noch nicht erreicht. Wenn tatsächlich ein Krieg in der Ukraine ausbrechen sollte, dann werden wir auch russische Sanktionen gegen die Europäer sehen, möglicherweise auch Energiesanktionen und Cyberattacken. Das heißt, das wird die Beziehungen noch einmal deutlich verstimmern und anspannen. Was lernen wir denn insgesamt daraus, Frau Fix? Müssen wir Krisenpolitik neu denken, nachdem wir ja jahrzehntelang eine Ostpolitik gemacht haben, die immer auf Moskau als Verhandlungspartner gesetzt hat? Ja, für das Friedensprojekt Europa ist das vielleicht die härteste Lektion aus dieser Krise, dass es einen Akteur in Europa gibt, der vor militärischer, nicht nur Druck, sondern vor militärischer Drohung und militärischer Gewalt, nicht nur in kleinem Format, sondern möglicherweise eben auch in großem Format nicht zurückschreckt. Das ist etwas, was sicherlich neu ist. Und Europa muss sich darauf einstellen. Es muss zum einen seine eigene Verteidigungsfähigkeit überprüfen, insbesondere auch mit Blick auf die ost- und mitteleuropäischen Staaten, die jetzt natürlich Solidarität fordern und ihre Sicherheit bangen. Und auf der anderen Seite bedeutet das auch, dass Europa darüber nachdenken muss, was jetzt diese Schritte für die Nachbarschaft bedeuten, was bedeutet es für Georgien, für Moldau, die ebenfalls unter Druck geraten könnten. Ist Europa fähig, diese zu unterstützen im Angesichts der russischen Politik zurzeit? Sagt die Politikwissenschaftlerin Liana Fix. Danke Ihnen sehr für das Gespräch. Danke Ihnen. Danke. 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 Danke.